Mein besonderes Merkmal für die Tierhaltung ist eigentlich, dass ich von der Geburt auf habe ich einen Stall drinnen, in meinen alten anbänden Stall, wo es umfunktioniert ist, zum Abkabestall und dann geht es weiter nach vier Wochen wieder zum anderen Laufstall, wo eigentlich der Stier dabei ist, dann kommen sie wieder zum Belegen und dann habe ich noch einen dritten Liegeboxen-Staller und dann sind sie auch wieder so weit zum Verkauf.